Okay, dann stellen wir den Wasserteil nämlich hier mit hin. So, dann kannst du den Eimer davor stellen. Da, wo der grüne Eimer anzeigt, da stellst du ihn vor. Dann sollte er voll werden. Ey, installieren musst du drücken, ja. So, guck, jetzt wird er noch mal ein Rasenmäher gefunden. Okay, hol mal ein Rasenmäher. Ich bin eine Fee. Was soll die hier? Rasengemäht. Ach, hier, guck mal, diese Fläche sollst du jetzt mähen, oder? Ja, guck mal. Ja. Warte mal, ich nehme mal die Säcke weg. Irgendein Baum soll mal finden. Ja, den Baum. Okay, ja, warte. Ah, jetzt haben wir ja, wirst du was wir da machen sollen? Den Hühnerstall dazu. Ja. Stimmt nachher. Okay. So, krieg ich die auch mal jetzt mal an der Seite hier. Ne, leg den ja nicht so weit weg. Ne, fordernlos. Du kannst doch gleich zum, die kann man doch gleich zum Ding drunter bringen. Ja. Weil der Sägewerk ist ja noch. Ja, du läufst gleich mit runter. Ja, klar. Ja, gut, dann lass uns runterlaufen. Ja, ich weiß. Hier, leg die den, äh, hier vorne gleich hin. Dann kannst du den reinlegen. Nicht vor dem Shoppen. Ja, oh. Ja, das ist ein guter Ableger, bist du absolut nicht, ne? Ja, warum? Ob sie denn liegen da irgendwie, ist ja egal. Die Dinger liegen ja jetzt, äh, verbrei, war ich immer mal hier hin. Einer ist noch, ne? Einer liegt noch, ne? Oh, was macht denn unser Chicky hier hinten? Da, komm mal mit, Chicky. Oh, hier hinten, ey. Wir brauchen sowieso nachher gleich Bretter, glaube ich. Ja. Hast du drüber mitgenommen, ja? Ja, das Chicky habe ich schon mitgenommen, ja. So. Ich glaube, der Stall braucht mir noch keine Bretter, oder? Ja, Stall, Stall bauen sagt da und hier. Ja. Ja, nimmst du den kleinen Stall, der reicht erst mal. Wir haben noch nicht so viel Zeit, um die Chicky's zu kümmern. Nee, der Brei. Nee, der Brei. Nee, der Brei. Der Brei. Ja, der Brei. Ja, aber ich darf dir zwei, reicht erst mal. Einnahme ist ja so und so, erst mal Bären. So, jetzt, Nachboden abreißen. Ach so, ja, warte mal, ich nehme mir gleich mal ein Sack Korn hier. Wo ist denn das? Hey, warum ist denn das nicht da? Ach so, ich muss scrollen, ja. Aber musst du erst mal ausbauen, oder? Ja, 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 ja. Ach so, okay. So, unser Korn. Das andere können wir ja hier liegen lassen. So, vor der Krippe upfüllen. Nein, theoretisch sollten ja unsere Hühner dann da rein. Ja. Irgendwann mal. So, was? So, jetzt sollen wir das Dachboden abreißen. Ja, hol mal die Chicky's. Oh, jetzt hab ich den aufgemacht. Scheiße. Oh, jetzt ist er weg, der Sack. Nö, eigentlich sollten die aber auch hier alleine rein. Ja, aber dass die wissen, wo die hier hin müssen. Ich, dass die näher nicht wissen, wo sie hin müssen. Ja, Chicky's hier ist euer neues Zuhause. Wo ist denn der andere? Ach, hier. Na, der wird doch alleine. Ach, hab mal gefunden. Cool. Wo ist noch Chicky nun? Ja, komm. Komm her, jetzt hier, Chicky. Ab. Mit dir. Eine Bucht. So. Noch einmal Wasser. Guck mal Wasser. Alles gut. Okay, mehr Wasser brauchen. Zwei Wasser haben sie. Gut. Der Restvorteil lassen wir ihn noch liegen. Er ist ein Stock abreißen. Erdgeschoss abreißen. Dieses Haus ist nicht... Ah, okay. Ja, fangen wir oben an, da? Ja, ja, müssen wir eh oben an. Komm. Ah. Man, hier gibt ja noch überall Eier rumliegen. Na? Ne, die liegen bloß einmal am Tag Eier. Ich glaube, ich hab hier noch ein Ei gefunden. Noch eins? Okay. Oh, das ist gut. Alles in der Korb. Noch ein Ei gefunden. Noch ein Ei gefunden. Ja, ich hab hier noch ein Ei gefunden. Ja, wir lassen die in der Hütte hier drinne. Nicht, dass wir hier die Eier suchen müssen und Gras. Darf ich jetzt auch mal abreißen oder was ist das alleine? Ja, komm mal. Ich weiß ja, wie gierig bist. Dach ist abgerissen. Äh, Dachboden? Wir müssen ja eh erst oben also angefangen, ne? Ja, ich bin auch oben schon. Also muss man so eine Brechstange machen können, na? Hey, joh. Dachboden. Da wäre bestimmt noch gutes Baumaterial. Guten! Guten! Äh... Oh, der erste Stock ist weg. Was? Äh... Wir reiben die Hütze ab. Na, ich teste mal jetzt. Ich probier mal neu zu starten. Hast du noch gar nicht gemacht? Nee. Weil ich sehe doch das nicht. Hier, raus. Du bist gleich. Ja. Vielleicht. Ja. Falls du es nicht mehr hören, muss ich da gehen, ne? Jo, eben. Ja, läuft, ne? Ja. Gute Berechte anhalten, ne? Ja, ja. Ja, ja. Und dann... ...gut, ne? Ja, ja. Gute Berechte anhalten, ne? Gute Berechte anhalten, ne? Ja, ja. Ja. Ich höre das gerade, dass sich das irgendwie komisch anhört, aber ich sehe zumindest keine Tropfen. Ich höre das gerade. Hm. Oh. Du darfst jetzt. Warte. Jetzt darfst du. 600 Pieten, siehst du. So. Fundament gebaut. ja das hatten wir ja schon alles aber das geld hat mir nachgekriegt wir hatten ja über zwei noch mal hatten wir ja schon dadurch ja ja das hat mir nachgekriegen sonderangebot nicht verfügbar hier muss die eine schüssel hier verfügbar man komm mal pennen gehen schnell da das nicht so dunkel ist macht alle einsteigst kommen zählt kommen kommen zählt aber nicht von stelle rutscht da rein so war es nass hier heute ich habe keine regen cape nimm die kanister ach so ja die tischtege ja die tischtege auftangen okay ich guck mal nach die tischtege ist tischtege ist ganz gut wie kein wasser doch läuft drücken wir mal mit dem lasser runter gekommen hier wegen die breite ja aber da wollen wir nicht immer zu hoch laufen das ist schon aufgetankt die tischtege ja so wunderschön mal gemacht dann muss man machen Ja, das können wir ja gleich noch machen. Was, wie können das denn? Ja, wir sind hier draußen vor der Tür. Ja, habe ich direkt schon gesagt, dass mein Prozessor vorher mal kurzzeitig auf 4.250 hochgetackt hat. Okay. Läuft. Läuft, sagst du, läuft. Jetzt kurz mit 4.1. Hat man schon was, da wollte ich gar nichts machen. Sag ich doch. Ich weiß nicht, was ich... Ja, ich habe ja jetzt ein neues BIOS drauf. Ich habe da vorher mein Rechner geflasht. Mit dem neuen BIOS, deswegen habe ich ja die Probleme. Und mein Stapel sieht aber auch nicht gerade geil aus. Ja. 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 Warte, warte. Ausgebaut. Ah, okay. Gut, dann kann man losbauen, ja. Na na na. Na na na. Na na na. Na na na. Schickies, ist was da. Oh, schnell eine Hausbombe, drei Brede, Alter. Oh, ich glaube schon. Jetzt hat er nicht mehr viel. Oh, drei. Schon fertig, oder was? Ich weiß nicht, wo ich ja noch einstelle. Hä? Ah, jetzt okay. Wollen wir jetzt rauskommen. Glückwunsch, du hast, du kannst jetzt die Welt erkunden. Zusätzlich Gebäude bauen, Tiere kaufen und züchten. Neue Fahrzeuge wählen und auf die Lack gehen und die Ranch erweitern. Weitere Teils findest du im Glossar. Es zeigt dein Gehört zu einer plurieren Ranch. Okay. Wir können doch nicht ausbauen hier. Die Bretter, die können wir ja... Ja, die können wir doch schon rüber bringen zur Scheune. Ach ja. Die restlichen Bretter hier, weißt du? Ich denke mal die Scheune werden wir doch bestimmt wieder als nächstes machen, wa? Lass uns die doch hier irgendwo hinlegen hier so. Am besten hier am Baum hin. Ja. Siehst du die? Mhm. 1.900 haben wir. Was machen die Cheekies? Ja, lass die mal raus. Lass die mal raus, die Viecher. Kann man irgendwie so einen Zaun bauen, doch gar nicht, dass man hier so ringsrum einen Zaun baut, ne? Was? Ne, Wasser brauche ich noch nicht. Okay. Gut. Der Droge geht wieder rein automatisch. Naja. Ja. 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 Können wir denn hier hinten bauen? Oh nein, die Hühner ohne ab. Oh, hier können wir einen Radioturm bauen. Ja, aber nicht, dass die Hühner wieder hier draußen die Eier legen und wir sie dann suchen müssen. Ja, das wird so sein, denk mal. Ja. Äh, weiter die Reichweite des Funksignals. Was ist ein Funksignal? Bei der, äh, bei dem Laden war da nicht ein Funkmasten. Ja, weiß ich nicht. Und hier können wir nur Cheekies Dinger bauen, ne? Ja. Hühnerstall, Hühnerstall, Hühnerstall. Ja, okay. Also hier können wir Hühner zeuchten. Wie die Bekloppen. Ja, ist egal, ob die Cheekies verrecken. Ja. Ja, komm. Hühnerstall, Hühnerstall, Hühnerstall. Ja, komm. Hühnerstall, Hühnerstall. Was war das? Äh. Ah. Bist du irgendwo gegen gefahren? Ja. Ja. Okay, dann habt ihr im Menü so... Äh. Ja, hier müssen wir gleich lang, genau. Ja. Und jetzt? Das ging hier lang, oder? Ja, müssen wir erstmal Richtung Laden fahren. Ja. 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 Das war nicht... Oh Gott, mal Tanken wieder. Gucken, nicht verfügbar, Schaf, nicht verfügbar, Schwein, Kuh, wo sollen wir denn eine Kuh bauen? Und einen Hahn können wir kaufen, Tiere, Werkzeug, Milchkanister, motorisierter Rasenmäher, fahrbare Rasenmäher, Laptop, ja, ok, ich kaufe noch zweimal Moni gleich, also und wir müssen mal gucken, wo wir die Knarre herkriegen, ja, ich will auch wirklich, ich hab noch Moni gekauft, das haben wir auch, da, wir wollen mal nachladen haben, aber was? ich denke mal noch wird das spiel ziemlich kurzfristig sein dann noch alles nicht so verfügbar ist er kommt bestimmt erst noch weiß was ist denn hier los während schlachten fest muss hier ein bisschen parken schon wo wer hier kommt jetzt ist eine straße ja ich guckte aus dem brauer stein alter besuch ja jetzt der stand dieser moos stein jeder aus den stein und dann sehe ich auch schon wieder ein oder sind schon zwei eine einer kommt den muss ich schon mal hier lassen und schnell kommt zu Ihnen. ja du kannst ja mal gucken heute morgen morgen am tag ob du mal irgendwo raus findest im video oder so ob er sagt wo wir die knarre herkriegen weiße gewähr eigentlich noch fleisch hier vorne zu liegen die das hat mich schon geholt gehabt das stimmt wir hatten ja schon wo das eine 23 so er steht wieder steif da jetzt kommt der kommt die gell die mike ab hier vorne ja gut oder kann ich auch mitnehmen Achtung, wer hinter dir? Ja, ja. Der eine oder andere. Bitte. Oh, da ist noch einer. Eins, zwei, drei und los. Kommst du noch? 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 Kommst du noch?